Ich mache jetzt selbstgemachte Hackfleischsoße mit selbstgemachten pürierten Tomaten. Da habe ich auch noch Knoblauchsalami dabei und die eingemachten Zwiebeln. Das eingemachte Gemüse ist da. Das pürierte Gemüse ist drin. Und das tue ich jetzt schön einkochen. Und dann haben wir eine schöne Hackfleischsoße für die Nudeln. Alles selbstgemacht. Kein Päckchen dabei mit irgendwelchen Geschmacksverstärkern. Und super lecker und gesund. Hab ich noch was vergessen? Ne, das habe ich reingemacht. Ja. Wie geht es euch? So was macht ihr so? Meldet euch mal bei mir. Und dann geht's euch mal bei mir. Und dann geht's euch mal bei mir. Und dann geht's euch mal bei mir.